Wir haben ja diesen Versuch klappt. Also wir sind hier gerade live auf dem Düsseldauer Weihnachtsmarkt und die Stimmung... Und wie Sie merken, die Stimmung ist mehr als nur besinnlich. Sie ist wunderschön und... Also ich hab nur den Mund aufgemacht. Er hat gerülpt. Bitte, versuchen Sie mal zu beschreiben, was gerade in Ihnen vorgeht bei diesem wunderschönen Weihnachtsmarkt hier. Du wolltest wissen, Leute, Maulmann, das geht mir gerade durch den Kopf. Scheiße, mache ich jetzt mal ein Interview weiter. Da ist doch der liebe Jungen hier auf. Ich kann nur noch mal hochsen gerade, wenn es sein muss. Was geht Ihnen gerade durch den Kopf? Bei dieser Atmosphäre? Scheiße, ist das kalt. Es gibt keine Champions mehr. Das sind mal... Da kommt eine richtige weihnachtliche Stimmung auf. Ich habe Hunger! Ich hol mal gleich eine Spießbratenbrücke. Und Lumumba nicht zu vergessen. Weiß ich noch nicht, aber erstmal ein Spießbratenbrücke. Ich habe noch diesen Spießbraten... Ich habe noch einmal auf. Ich habe auch noch die Spießbratenbrücke. Ich habe noch gar nie. Ich habe noch mal einfach aufgefangen. Ich habe noch einen Spießbraten.